Ja, liebe gute Freunde, nach 15 oder 16 Jahren im Einsatz und 11.000 Stunden hat unsere Waschmaschine da den Geist aufgegeben. So sieht die jetzt aus. Und da wurde gerade eine neue gebracht, China-Haus-Techniker. Es ist eine Forst-Waschmaschine, die da im Einsatz war. Und ich glaube, Jan hat auch wieder eine Forst bestellt. So, neue Waschmaschine installiert. Jawohl, hohoho.